VDE-Prüfung anhand einer Verlängerungsleitung. Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, Giancarlo Teacher heute aus seiner Werkstatt. Bei dem Verlängerungskabel meines Fitnessstudios hat sich ein Kabelbruch ergeben und dadurch, dass das Ganze vergossen war, konnte ich den hier schlecht abbauen und dann eben dieses Stück, wo der Kabelbruch eben war, eben austauschen. Entsprechend musste ich einen neuen Stecker anschließen. Damit das Ganze aber auch sicher ist, denn wie man so einen Stecker anschließt, das wissen schon die meisten, aber damit das Ganze auch sicher ist, müssen wir das Ganze auch prüfen. Jetzt habe ich hier mal das Ganze an dem Schutzleiteranschluss eben angeschlossen, die eine Messspitze. Ich habe das Messgerät eingestellt. Bei dem Fluke-Messgerät wird auch noch schön angezeigt, in welche Buchsen ich das Ganze hier einstecken muss. Deswegen zeige ich euch das Ganze hier auch nochmal. Und jetzt gehe ich im Prinzip einmal hier an meinen Schutzleiter dran, halte die Spitze dran, habe hier eine kleine Test-Taste, drücke die und habe 0,26 Ohm. Das sollte auch genau so sein, mal mindestens. Also gerade bei Neuanlagen, man sagt ja, der Niederohm-Widerstand sollte maximal 1 Ohm betragen. Jetzt habe ich hier so eine Verlängerungsleitung und ihr wisst ja auch, man kriegt ja auf so einer Kabeltrommel maximal 50 Meter. Warum diese 50 Meter, das erfahrt ihr bei mir im Podcast. Ich sage euch aber, wie man das ungefähr berechnet. Also man sagt laut Norm die ersten 5 Meter maximal 0,3 Ohm, alle 7,5 Meter mehr maximal 0,1 Ohm obendrauf. Und dementsprechend, wenn man das Ganze zusammenrechnet, kommt man auf knapp über 50 Meter. Und deswegen bekommt man auch im normalen Fahrhandel auch nur maximal eine 50 Meter Kabeltrommel, damit eben dieser Grenzwert eingehalten wird, damit eben mein Schutzleiter schön niederohmig bleibt, damit im Fehlerfall eben ein genug hoher Strom zu fließen kommt, damit eben Schutz durch Abschaltung im Netzsystem gegeben ist. Für mehr Infos hört rein unbedingt in den Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo The Teacher.